hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von spaß im multiplayer die war in call of duty warzone da gibt es so nennt wo gehe ich hin wir sagen mal train station ein bisschen weit weg airport weil das ist sehr nah dran was sollte das denn einfach mal im fall unterbrechen soll ich so dass ich den fallschirm nutzen muss hier sind ziemlich viele ich gehe dann mal lieber dahinten hin alle ziele im einsatzgebiet eliminieren ich wollte jetzt eigentlich nicht nach oben ich will eine waffe salven eine salvenwaffe nä hier ist kein eingang aber hier so rüstung nur fünf schuss ich muss auf jeden fall gucken ob ich die gegner höre ich dachte ich hätte jemanden gehört ja pistole mit schalldämpfer ist mir lieber hier ist noch ein bisschen geld die jetzt nach oben weil hier ist noch was sammeln 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 looten 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 hier ist noch irgendwo ein gekistet und die ist hier so schalldämpfer das ist gut ah annäherungsmiede leider hat das keinen moment da kommt jemand verdammt ja die zweite chance mal vergeilge ich mal schaffe ich's du kannst du den wistkerln jederzeit zeigen während du wartest beleidige sie oder poliere ihnen die visage mit einem geworfenen stein auf jeden fall muss ich mich da sehr konzentrieren was immer nervig ist ist das steine werfen da hört man manchmal nicht wo der gegner lang geht der kampf ist bereit mach dich kampfbereit du bist gleich dran wir gucken welche waffe ich kriege wenn du diesen kampf gewinnst ah nur ne pistole aber wenn du verlierst warst das du bist dran soldat zeig diesem mistkerl wo der verdammt anscheinend habe ich ihn getroffen aber nicht genug und ich würde sagen dann sehen wir uns praktisch im nächsten ein Match. So, nächstes Match. Im Moment scheinen sie auch irgendwie ein bisschen zu laggen. Ich weiß noch nicht warum. Äh... Wo will ich denn gehen? Lag, lag, lag! Ich hab keine Ahnung, warum ist es überhaupt so lag. Nur weil ich aufwähle vielleicht? Weil sonst lag es nicht so. Hab auch einen größeren Ping. Warum auch immer. Ja, und die Sextur laden, langsamer nach. Markiert, an die Arbeit. Kopfgeld, Ziel markiert. So, Kopfgeld. So, Term... Ne Granate. Termalgranate. Oh, ne Magnum. So. Ah, Rüstung hab ich gekriegt. Hab ich gar nicht bemerkt. Hm. Da sind Gegner in der Nähe. Ich hole mir jetzt mal ein paar Platten. Hm. Will da rein. Sollte aufpassen. Hier könnte jemand drin sein. Ah, eine Betäubungsgranate. Das ist gut. Wenn ich leiser bin, hat das immer einen Grund. Ich konzentriere mich. Vielleicht ist hier noch was drin. Ja. So, die Platten sind voll. Da ist jemand runtergeglitten. Ich weiß nicht wo. Das ist besonders schwierig zu hören, wenn diese Flugzeuge da rumfliegen. Das übertönt alles. Oh ja, Schaltdämpfer ist immer gut. Das Kopfgeld-Ziel wurde ausgeschaltet. Gut gemacht. Okay. Hier hat jemand gelootet. Ist er noch drin? Nein. Ist er nicht. Ich bin übrigens nicht ganz so gut in dem Spiel. Das Gas kommt. Muss ich schon sagen. Ich glaube, hier hat er auch gelootet. Hm. Bisschen sicher habe ich keinen Feind gesehen zur Zeit. Sag ich. Und da ist er schon. Oh ja. Scharfschützengewehr. Nett. War, glaube ich, auch gerade ein bisschen nah am Mikro. Oh, Thermalsicht. Nett. Wie viel Geld habe ich? Hmm. Das ist sehr offen, der Markt. Ich habe über 10.000. Erfündete Ausrüstungslieferung unterwegs. So einfach kippt er mich nicht. Jetzt habe ich auf jeden Fall genug Geld für eine Selbstwiederbelebung. Laut, laut, noch mal laut. Warum muss das so laut sein? Ich höre nichts. Das ist auf jeden Fall jemand in einem Fahrzeug. Wo ist der Typ? Ich weiß, dass er hier irgendwo ist. Da. 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 Und das war der nächste. Nachladen, würde ich mal sagen. Ich stelle mich mal hier auf den Berg. Da habe ich auf jeden Fall eine größere Übersicht. Ich habe jetzt schon 6.000. Und. So. Auf jeden Fall nicht auf dem Radar. Die Frage ist, kann man sie überhaupt entdecken zur Zeit? Könnte eine Drohne gebrauchen? Wieso? Ja, versuch es. Versuchen wir uns gegenseitig zu Snipern. Oh, da fährt er weg. Schau, wie hat dieses laute Geräusch? Wir sagen... Drohne! Das würde helfen, mal ein paar Leute zu finden. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Jetzt ist die Frage... Hier ist hier jemand drin. Oder in der Nähe, weil... Das Fahrzeug hier... Ist nämlich an. Also hier im Haus glaube ich nicht. Weil dann wäre es gelootet. Und das ist es nicht. Hm, da ist jemand im Fahrzeug. Also hier war mal einer. Ich würde sagen, ich schließe mal die Tür. Also hier ist ja nicht egal, ist keiner. Wo gehe ich denn hin? Feindliche Drohne über uns. Könnt ihr ein bisschen mit dem Wagen hier rumfahren? Zurück zur Basis zum Nachttanken. So. Bin jetzt ein bisschen weiter in der Zone drin. Verdammt! Den habe ich nicht gesehen. Du bist jetzt im Gulag. Kämpfe um es um erneut eingesetzt zu werden. Neuer Versuch. What? Es sind ja gar nicht mehr so viele drin. Okay. Hör zu, Soldat. Wenn du hier gewinnst, geht es wieder an die Front. Aber wenn du verlierst, geht es auch. Du bist dran, Soldat. Zeig diesem Mistkerl, wo der Hammer... Wieso schießt du nicht? Ich drücke 2. Ich drücke das. Ja, Taste aber. Nö. Ich verweichere. Und ich würde mal sagen... Das war eine weitere Folge von Spaß im Multiplayer. nicht so lange gut ausgewiescht� werden? Untertitelung des ZDF, 2020